Soll ich den reparieren? Wie stellen Sie sich das vor? Bin ich hier ein Techniker oder so? Mann! Ich weiß noch nicht mal, wie ich nach da oben kommen soll. Ah, warte mal. Hier geht's glaube ich lang, oder? Oh, ne. Puh. I have no idea. At the moment. Hier auf, hier auf. Ne, es geht nicht. Da! Das ist ne Leiter. Hier ist ein Riesentor. Und hier kann ich wahrscheinlich nicht dran springen. Ist natürlich wieder blöd. Kann ich da rüber? Hm, sieht eher unnobisch aus. Ich denke mal nicht, dass ich da rüber gehen kann. Ah. Zack. Na komm. Boah. So, hat sich jetzt hier irgendwas verändert? Da kamen ja wieder neue Russen. Ach, ich kann jetzt hiermit reparieren. Wo? Warte. Gerade wurde mir irgendwas angezeigt. Eben schon wieder. Ja, jetzt kommt. Zack. Perfekt. Perfekt. Oh, Granate. Stirb. So, da oben ist der Kran. Die wehrten sich ja auch auf dem Boden, sodass man denkt, man hatte jetzt getroffen. Hat man sie doch nicht getroffen. Ich hab kaum noch Monizier. Wo ist der besser? Wo ist der? So. Achso. Ich hab noch 41 Schuss wahrscheinlich. Das soll das sein. Plus die, die jetzt im Lauf drin sind. So, das Teil kommt jetzt runter. Dann bringt er mich wahrscheinlich von der 4 darüber zu füllen. Dann muss ich von da weiter robben. Zum Ziel. Ich weiß auch nicht, wo das ist. Oh, was ist? Nagelkanone. Hm, hört sich gut an. Ich wüsste, wer auf mich schießt und verwog. Hm. Ach, ich kann. Das ist so ein Nanosuit. Mit. Das ist ja cool. Das kann man vorher noch aufladen. Zack. Ach, das ist. Zack. Mist. Ja. Dagegen würde ich sagen. Zack. Alter Scheese, du. Nimm das und du nimmst das hier. Zack. Das war jetzt ein Treffer, oder? Nein, war es nicht. Alter. Kann doch nicht sein. Ich bin ein schlechter Schützer. Zack. Zack. Warum treffe ich nicht? So, jetzt aber. Ich will meine andere Waffe wieder haben. Oh. Eigentlich. Alter. Schild doch mal, Jungs. So. Hier für dich. Nein. Und. Dammit. Was? Ich nimm das. Nein. Ich treffe ihn nicht so jetzt aber. Wo ist meine alte Waffe? Ich will die wieder haben. Da. Was? Ein Sniper hier. Das ist mal eine ganz alte Waffe. Jetzt habe ich keine Maschinenpistole mehr. Eine ganz alte. So. Mal heilen. Ich habe hier richtig viel verloren. So, das tut. gut. Huah. Nein. Neun. Headshot. Bam. Ich wüsste wie man nochmal nachkampf macht. Man. Scheiße. Ich habe null Medipacks. So. Hier geht es wahrscheinlich weg. weiter. I-99. Ne. Hier geht es nicht. Oder doch. Ne. Hier geht es nicht weiter. Aber ich kann wieder ein bisschen I-99 mitnehmen. Wo sind wir jetzt? Wir gehen immer tiefer in die Scheiße. So. Mehr I-99. Das war eine Illusion. Was sind das für Geräusche? Das sind die Kreaturen. Nicht wie Rossen. Und ein ZMG-Entwurf. Oh. Eine Flasche Whisky. Oder Wasser. Oh. Und hier ein Bett. Na gut. Ich bin nicht wieder in so einem Maschinenraum. Der wird gespeichert. Das ist. Drücken sie irgendwie und haben sie die Phasen verschoben. Um die. Was bringt mir das konkret? So. Erstmal. Ach. Komm schon. Ich bin rüber. So. 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 Woher gehen wir das? Dann nehmen wir das jetzt mit. Ich glaube. Ah ne. Quatsch. Ich glaube wir gehen jetzt so durch. Mit dem Teil und das brauchen wir bestimmt an irgendeiner Stelle bestimmt. länger zur Bahn zu kommen als ich gedacht hätte. Stimmt da. Hier verbrauche ich es. Na komm. Zack. Genki-Dama. Ah. Hier gehts lang. So. Wieder eine Zeitverschiebung. um. Oh. Hör zu, die Kanalisation führt uns zum Bahnhof. Von dort aus können wir einen Zug zu den Burks nehmen und fliehen. Nein. Das ist Selbstmord. Nun gut, ich wünsche dir alles Gute mein Freund. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem Festland, im Kreise deiner Familie, Genusser. Okay. Was? What the fuck? Wo kommt der denn jetzt her? Stirb, stirb, stirb. Alter, das ist richtig stark. Und tot ist er. Gut, so am Kopf, Jürgen, so. Ja, MewDiePacks finde ich jetzt sehr, sehr gut gebraucht, aber hier ist meistens genau Munition. Ich habe einen Sniper, damit ist natürlich immer so blöd eigentlich. Überall Whisky's. Plattenspieler. Oh, da. Mist, dann hätte ich das vorher aufnehmen sollen. Dann hätte ich das jetzt... Ah, ne, ist schon vollgeladen. Perfekt. Hier. Das sind Medi-Packs drin. Komm. Yeah. Die 99. So, jetzt geht's weiter nach oben. Es kann also auch sein, dass vielleicht was unter der Treppe irgendwann mal liegt. Hier ist der Wissenschaftler, die wollten ja fliehen. Hat wohl nicht so geklappt, wie die sich vorgestellt haben. Tja, Pech gehabt. So, jetzt gehen wir hier auf. Oh. Das hört sich nicht gut an. Was ist denn das? Ich hänge hier irgendwie. Hä? So, der ist tot. So, mehr kann ich hier nicht reinzumachen. Hm. Ah. Perfekt. Geh mal her damit, mit dem Zeug. Was war ich das? Hab ich den umgebracht? Boah, ist der hässlich. Ist der hässlich? Alter Schwede. So, aufmachen. Ja, her damit.